Es gibt mittlerweile die Tendenz dazu, andere Meinungen nicht mehr zu akzeptieren. Und das ist natürlich das Gefährliche, indem man nicht mehr, wie sie es gerade beschrieben hat, wenn man auf die Straße geht, in der Lage ist, dort zu diskutieren und auch wirklich andere Meinungen zu respektieren. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was Toleranz eigentlich heißt, dass man andere Meinungen, die man wirklich nicht teilt, aber eben toleriert und nicht sagt, das geht nicht oder ablehnt oder darüber hinweg geht oder gar noch schlimmer.